So, hallo Leute, eine Ansage in eigener Sache nochmal. Als erstes bitte ich vielmals um Entschuldigung, dass dieses Video so spät rausgekommen ist. Es gab leider Gründe dafür. Ich habe das Video gemacht. Als ich es einen Tag später zusammenschneiden wollte, hatte ich nicht totalen Datenverlust, aber schon erheblichen Datenverlust. Und zwar natürlich genau in den Szenen meines Doppelgängers, was nicht so einfach nachzustellen war, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, als ich es dann nachstellen wollte, war es so wie bis heute immer 34 bis 38 Grad. Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin krank. Ich bin chronisch krank und diese Temperatur macht mir zu schaffen. Von daher gab es wieder ein paar Tage Verzögerung. Ich konnte dann durch verschiedene Programme den Datenverlust etwas minimieren und etwas davon auch wieder herstellen. Habe nebenher noch ein bisschen am Footage gearbeitet und bin nun froh, dass das Ganze endlich fertig geworden ist. Auch wenn ich mit dem Video nicht hundertprozentig zufrieden bin, will ich euch jetzt nicht noch länger auf die Folter spannen. Ich sage nochmal Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Habe auch überlegt, zwischendrin ein neues zu machen mit so einer anonymisierten YouTube-Verlosungs-Website, die es im Netz zuhauf gibt, aber wollte jetzt das doch fertig machen, weil ich die Idee ganz gut fand. Also Entschuldigung nochmals, dass dieses Video so lange gedauert hat mit der Auslosung. Jetzt und hier könnt ihr es sehen. Los geht's. Und ich halte jetzt meine Klappe. Und ich halte jetzt meine Klappe. Das dachte ich mir ja schon, dass ich der Erste hier bin. Keiner da. Naja, ich sage schon mal Hallo, liebe Freunde, liebe Leute, liebe Zuseher. Heute zur Gewinnspielauslosung dieses Balles, das ist der Originalreplika der Fußball-Weltmeisterschaft diesjährigen 2018 in Russland. Das hier ist der Ball, den es zu gewinnen gibt. Überbrücken wir mal die Zeit, bis mein Über-Ich da ist, das immer gerne die Klappe aufreißt, aber trotzdem nie pünktlich kommen kann. Und schaut euch gerne auf meinem Kanal oder auf unserem Kanal, muss ich ja sagen. Schaut euch gerne auf unserem Kanal um. Liked, shared, diskutiert. Freut euch des Lebens. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da. Wenn euch einzelne Videos gefallen, freuen wir uns auf einen Daumen nach oben. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass er bald kommt. Ich höre was. Ja, du hörst richtig. Ihr hört richtig. Hallo, meine lieben Freunde und Zuschauer. Ich bin jetzt auch hier. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Also ich zumindest. Das werden wir nicht mal machen, weil diesen Ball geben wir heute schweren Herzens, blutenden Herzens weg an euch. Und zwar habe ich mir was gedacht. Dabei in dieser kleinen Box sind Lose mit allen Namen, die kommentiert haben. Ich finde diese anonymisierten, randomisierten, im Internet frei zugänglichen YouTube-Mixer für die Kommentare finde ich so langweilig, dass ich mir gedacht habe. Wir ziehen persönlich den Gewinner hier und machen dieses klein aufwendige Video für euch. Okay, das ist diese Box hier. Da hast du doch mein Konfetti gemacht. Okay, ja, die sehen alle gleich aus. Ich zeige jetzt mal kurz in die Kamera, ohne dass ich was rausschmeiße. Also hier kann man nichts lesen. Das hast du schon korrekt gemacht hier. Ne? Applauswert. Also ich soll das jetzt mal mischen. Bitte bitte, ich mische. Ich mische alles gut. Ich mische alles gut. Oh ja, 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 ja. So, vielen Dank. Ja, ich habe diesen Hut auf, der überhaupt nicht so zu mir passt und der auch ein Frauenhut ist. Das hat folgende Bewandtnis. Ich werde diese Lose jetzt in diesen Hut tun. Es ist ein Strohhut. Es ist schließlich Sommer. Wenn wir uns in vier Jahren hier treffen zum Gewinnspiel für den nächsten Ball für die WM in Katar. So, das kann man weg. Jemand verletzt. Dann sind wir im Winter. Dann habe ich auch einen Zylinder. Aber das Sommer ist so. Hier sind alle Lose drin. Also wie gesagt, man kann nichts sehen. Sie sind alle gleich. Ich habe mir da auch mordsmäßig Mühe gegeben. Nur für euch, meine lieben Freunde. Und du wirst da jetzt gleich einen Namen draus ziehen. Gucken wir mal da vorne. Ich stelle dir mal den Hut da hin. Und da liegt eine Augenbinde. Die ziehst du mal auf. Und ziehst einen draus. Machen wir das mal hier. Das kennt ihr ja. Da sind also alle Lose drin. Dann mache ich das mal hier. Böse mal. Böse mal. Ja, die Augenbinde kennt ihr. Die gab es auch. Ein paar Fälle, wo du siehst. So, packst du es. Da ist der Kamin. Zu nehmen, ja. Da ist der Hut. Okay. So, wenn du gezogen hast, dann legst du gerade hier. Da in der Mitte ab vom Ball. Das ist eins, gell? Das eine los. Aber ein Los. Einen Gewinner. Jetzt darf ich hier wieder gucken. Trommelwirbel. Trommelwirbel, also der Hund. Es wird spannend. Es wird spannend. Da ist es los. Mitfiebern vor den Bildschirmen. Mitfiebern. Da ist es los. Wer gewinnt den Ball? Nur noch wenige Sekunden trennen uns vor den Sieger. So, da ist das los. And the winner, the winnerin. Verkehrt herum. The winnerin. Es ist eine Gewinnerin. Eine Gewinnerin. Eine Gewinnerin ist... Tatatata. Ich blende es auch nochmal ein. Jetzt hier ganz groß. Und lasse es einfach mal stehen. Also das ist die Gewinnerin dieses Balles. Dieses Balles. Liebe Gewinnerin. Du hast jetzt bis Ende August, letzter Tag im August, 23.59 und 59 Sekunden Zeit, uns deine Adresse mitzuteilen. Deine postalische Adresse. Kein Postfach. Eine Privatadresse. Dann verpacken wir diesen Ball und schicken ihn dir. Und zwar gehst du auf unserem Kanal hinten unter Kanal Info, scrollst ein bisschen nach unten. Da ist ein Button E-Mail für Anfragen. Löst dieses kleine Rätsel, das hinten dran ist. Da können wir nichts für. Und dann hast du die E-Mail-Adresse. Und da schreibst du uns bitte deine Adresse. Dann können wir diesen Ball dir schicken. Und das machen wir natürlich auch. Und freuen uns dann natürlich auch über eine Bestätigung von dir in Form eines Kommentars oder einer E-Mail, die wir dann hier auch veröffentlichen. Ich sag mal wir, das ist ja mein imaginäres Ich. Also ich werde das dann natürlich auch veröffentlichen. Würde uns freuen. Bitte diesen Namen. Wenn sich niemand meldet in vier Wochen, was meint ihr dann dazu, liebe Community? Sollen wir den Aufstand nochmal machen, neuen Namen ziehen und den Namen weglassen? Schreibt es unten in die Kommentare. Oder seid ihr jetzt alle so enttäuscht, dass ihr den Ball nicht gewonnen habt? Dann könnt ihr immer noch Folgendes tun. Guckt euch hier auf meinem Kanal um. Hier gibt es noch mehr außer Fußball. Gerade das letzte Ereignis. Blutmond ist. Zwei neue Ereignisse eilen mir schon voraus, wo ich noch hinten dran bin mit den Videos zu machen. Habe aber schon Ideen im Kopf. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Liked, shared. Miest euer Leben. Und dann sage ich von hier aus, alles Gute und Bye Bye. Okay. Gut. Dann sage ich von meiner Seite aus auch Bye Bye. Und wir werden uns jetzt wieder vereinigen und als eine Person auftreten. Bye Bye. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao. Start Time. Duration and Repeats. Duration and Epic. Duration and Case. Das war's. 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 Das war's.